Hallo, ich bin Bürgermeister der Gemeinde Wenzsenbach. Dort leben 8.500 Menschen, darunter auch 50 Flüchtlinge. Das macht etwa ein Prozent der Gesamtbevölkerung aus, nicht einmal. Und dieses Größenverhältnis lässt sich auch auf viele andere Kommunen in Bayern übertragen. Wer da also sagt, das Boot ist voll, ist schlichtweg zu doof zum Rechnen. Und wer das christliche Abendland bewahren möchte, tut gut daran, nicht christliche Werte wie Nächstenliebe über Bord zu werfen. Und deshalb gebe ich meine Stimme für die Vernunft.